Musik Ich muss dieses Jahr auf 10 Hochzeiten und einer davon ist dein 10 Hochzeiten hast du? Ich ja 9 Hochzeiten Ich so 9, härtest du doch nicht? Achso doch, sicher härtet Na Gott sei Dank, ich hab schon den Stripper bestellt Was? Na Scherz, das ist gut teuer Das mach ich selber Was? Du stripst auf meinen Polterabend? Nein, auf seinen Wie geht's an einem Wochentag eigentlich so? Montag Keiner Mord mehr Verstehe? Nein Ich mag mich nicht an mich so dumm Donnersang bei mir ist alles voll geguckt Bei allen und alles Aber Donnersang tut gut Kontinuiert geht's Dann nimm die Oma Und ich sie jatter Und tausend andere Und darf nur einfach rausgehen Und überhaupt blablabla Blablabla Blaw palabla Badabla Badabarabapapada Badabapapadapapadapapapadab papa Badapapadapissements Baaatababa Badum Burdeu oh 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 oh. Burdeu oh 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 oh. Hispum primer. Hispum RoyalRopher, Hispum, hispum verstor über dem Autobahn. Der Bolster ruft, doch sie bleibt halt nicht lieb'n Wurscht's erst ihr Auto und dann fahrt sie los Die Kinder tu ich zur Opa abschiebe Wir sind in den Rasen, obwohl ich gar keine Garten hab' Warte mal kurz! Warte mal! Was dann? Schau mal! Er! Wer? Er! In der zweiten Reihe! Was ist? Qualt sie da nicht? Was? Wer? Er! Ah ja? Ist fad? Finde der Temperatur nicht angenehm? Kratzt das Zetterl in der Unterhose, weil das überhaupt voll selbstverständlich ist Es geht um den Show-Quiz Film! Pass auf! Film! 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 Okay, Film! Pass auf! Wir spielen ein Spiel! Eine Probe-Runde! Ja! Okay! Ich mach's vor und du ratest, okay? Ja! Okay! Ich mach's vor! Gern noch! Einen Tipp! Einen Tipp! Einen Tipp! Ich wurde nackt gezeichnet! Was? Echt? Von wem? Geh bitte doch nicht, wer soll mich noch ein Zeile machen? Wen glaubst nicht passiert das? Die Rolle, die Rolle wurde nackt gezeichnet. Ach komm, noch einen einzigen Tipp, bitte. Geh, okay, die ganzen Armen nehmen die ganzen Reiche. Es geht um Leben und Tod. Jeder will gesehen werden. Es geht quasi ums Überleben. Seitenblicke. Ich hab eine Sendung sehen, gut 20 bei nach Sudan, das Rolle auf von Tüten steht und jede fügt ein Buddha. Dann will sie, dass der Drottli eine Rose überreift. Wenn es keine kriegt, dann heißt es, dass er büttert. Das ist schlecht. Die Sache mit der Rose ist in Wirklichkeit und vorwärm. Dann sind wir von der Welt schon. Der Alter ist ein Ruhe, Mann. Die Leute, wenn das Robi tut, die nehmen wir nicht so ab. Wer hat's mit der Koffer, ist der Mensch ein Ruhe. Fernsehen ist so oder so. Oder, 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 oder. Der Teuer und ich echt keine Lust. Und du mit deinen Strandfotos. Entschuldige? Wozu mach ich sonst einen Strandurlaub? Bitte hat sich das schon einmal überlegt. So viele Fotos, wie es da auf Facebook gibt, kann man davon ausgehen, dass ich kein Orle, keiner mehr im Wasser ist, sondern 300-nahrische Weiber, wie ein Flug mit verrückter Strang herumrufen. Wenn wir wollen, ich sag zu dir, komm mal was wollen. Wenn's passt, dann passt. Aber du bist genau wie, und ich bin genau wie du. So wie soll's und fehlt, was so unterschiedlich ist. Kriegst du immer als du dazu. Ja, wenn's passt, dann passt, dann passt. Wurscht mir, was macht. Wir brauchen immer noch alles schon. Weil du bist genau wie ich. Ja, du bist genau wie ich. Wo ist das Wicke? Weil du bist genau wie ich. Ja. Und man so wie schön wird,